Okay, kann losgehen, so. Also, wir werden jetzt alles in die Luft sprengen, was wir an Sprengstoff gesammelt haben. Hat noch irgendjemand was? Äh, warte, ich kann nochmal nachgucken. Ich kann auch nochmal nachgucken. Ich hab 15 Rauchgranaten, 14 Nutzigneufe. Warte, mit mittlerer, wenn ich ne mittlere... Kann ich mittlere nur werfen? Okay, mittlere kann ich nur werfen. Okay, warte. Aber ich kann die ja ablegen. Aber ich kann die ja ablegen. Und Granaten... Aber ich kann auch noch ein paar Granaten. Diese MP-Zell auch noch ablegen. Das wird zu dumm. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Hier, die MP-Zell ist nicht richtig in der Mitte. Was ist das hier eigentlich, was ich jetzt in der Hand hab hier? Das denn? Das ist ne Rauchgranate. Ja, okay, dann. Warte, ich mach jetzt schon mal ein bisschen... Warte, ich muss auch noch... Humba, Humba. Disco-Polo, lalalala. Nein, der Druckluftbehälter. Ich schieb den wieder dahin. Warte, ich verkeh das selber. Ja. Warte. Sogar die Decke, Alter. Okay, alle weg da? Nein, warte. Ich muss noch. Nein, wir müssen... Wir müssen echt... Okay, komm. Drei, zwei, eins. Ich lebe noch mit 10 HP. Ich lebe noch mit 100. Jo, was war das, Alter? Ich kann es nicht. Okay, das war einfach kurz die Explosion. Wir haben es nämlich durchgespielt. Ich was einfach hier im��� парложik. heute wird mit 19. Ich sch Она sch menolos aus spiel. Ich schฆ. Beide sind eingelunken.